So, da bin ich wieder. Und irgendwie... Du willst mir aber nicht von denen ein Arsch beißen, oder? Nein, ne? Geh ich mal lieber ein Stück vor. Ja, kommen wir zu unserem ersten Auftrag. Finden und befreien sie die Geiseln. Nordkoreanische Truppen haben eine Insel im philippinischen Meer wieder rechtlich besetzt. Und Dr. Rosenthal sowie vier amerikanische Archäologen, äh, Archäologen natürlich, gefangen genommen. Wir freien sie alle fünf Geiseln. Können wir uns nicht darauf einigen, dass ich Dr. Rosenthal befreie und den Rest einfach auf der Insel verhungern lasse? Können wir doch machen, oder? Gut, machen wir. Also, dann werden wir doch gleich mal... Ist der jetzt durch den Boden durchgefallen? Okay. Was mich an dem Spiel eigentlich stört, ist... Das, was ich gerade in der Hand halte. Das ist keine Waffe, das ist einfach nur... Ja, genau, Waffe, Apropos Waffe, Reflexvisier. Toll. Das ist ein Visier. Ich bin eine US Special Forces, eine Spezialeinheit, und... Ich kriege nichts weiter als so ein lumpiges Visier. Na toll. Oh, warte mal. Nein, falsch. Äh, Schalldämpfer. Laser, wie sie Taschenlampe. Äh, mit der Taschenlampe hier rumrennt, dass sich die Koreaner auch richtig sehen, ey. Ja. Moment, Einzelfeuer noch umschalten. Ja. Da sagen sich dann die Koreaner, ey, guck mal, da unten laufen die dummen Amis mit Taschenlampen an den Waffen. Äh, 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 äh. Ein Schuss und die Lampe ist aus. Naja, die Lampe. Die andere auch, ja. Oh, guck, schau, was ich gefunden hab. Ne Waschmaschine. Fast nachelneu. Oh, schwimmen kannst du net. Okay. Wozu? Warum? Weshalb? Hm, okay. Da ist aber nix. Hast du mit mir zu bieten, Koreaner? Ach, Koreaner. Wo hast du deine Waffe legen lassen? Äh. Ah, da liegt sie. Die Anzeige auf dem Radar zeigt die Wachsamkeit der Gegner. Wo? Wie? Was? Wer? Oh. Das ist ein Lampe. Reflexvisier. Gott, danke. Einzelfeuer. Entschuldigung, dass ich net beim ersten Mal getroffen hab, Koreaner. Ach, Gottes Willen. Oh, der ist doch voll mit der Fresse in Sand gelandet. Das tut mir jetzt aber leid. Oh, ehrlich. Ehrlich. Wirklich. Es kommt nie wieder vor. Ich verspreche's. Gott. Machen wir kurz hier. Okay. Oh, tschu. Ja. So. Prophet, hier ist Deck. Hören Sie mich? Klar und deutlich. Wie sieht's aus? Ich hatte auf dem Weg nach unten irgendwas erwischt. Ich hänge in den Bäumen fest. Okay, Herr Deck. Halten Sie durch. Hilfe ist unterwegs. Ja, der hängt wie Lametta vom Tannenbaum runter. Also, wie ne Weihnachtskugel hängt er da. Und da oben steht so Idiot und... Ja, ich hab's gesehen, du Pfeife. Mach doch mal die scheiß Funsel aus, du Penner. Du läufst verkehrt. Da oben ist er. Prophet, ich bin hier nicht allein. Was ist los, Asteck? KVA, Patrouille, vier Mann. Habt ihr sie gesehen? Negativ, aber sie kommen näher. Moment, da ist etwas. Bestrick, was ist da los? Adressantissima. Bestrick, Lagebericht. Jetzt. Der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Prophet, hilf mir. Der Herr wird dir auch nicht helfen. Nomad Chester, helfen Sie ihm. Schnell, los, los. Komm, du alte Oma. Beweg dich, Stelzen. Er läuft natürlich da lang. Idiot. Komm, auf, komm. Schneller. Was ist das? Ich meine, wenn ich meine Kristallkugel dabei hätte, würde ich so sagen, aber. Ich habe kein. Also, hör mal, Kollege. Ich habe keinen Hellseher in der Hosentasche, okay? Woher soll ich wissen, was hier los ist? Steht ein fetter Baum. Das war es dann aber auch. Oh. Oh. Da ist er. Okay. Guck, schau, da oben hängt was. Da guckst du, gell? Ja, der ist tot. Der auch. Was zum Teufel war denn hier los? Schießerei. Würde ich jetzt mal annehmen. Hörst du das? Nö. Nachdem, wie sie aussieht, war es eine Schießerei, ne? Also. Oder vielleicht doch ein Feuergefecht? Ein Duell wie im Wilden Westen vielleicht? Mir gefällt das nicht, Mann. Ja, schon wieder. Spezialeinheit. Na, die Hosen voll. Das sind mir die allerliebsten. Ja, da schrecken, wenn du den aufguckst. Wo Blut ist, muss auch eine Leiche sein. Verdammter Mist. Ja, sag's ja. Ein paar Schlappen. Chester, bitte kommen. Was ist mit Aztec? Mauze tot. Er ist tot, Boss. Verdammt. Was zum Teufel ist da draußen los? Keine Ahnung. Aber ich fürchte, wir sind nicht allein hier. Ach ne? Was ist da los? KVA? Negativ, Sir. Hier liegen vier Koreaner, aber Aztec kann sie unmöglich getötet haben. Diese Typen hat was anderes umgebracht. Die sind übel zugerichtet. Okay. Erweisen Sie ihm die letzte Ehre und gehen Sie weiter. Wir treffen uns in der Landezone. Was ist mit Aztec, Sir? Sollen wir ihn einfach hier lassen? Negativ. Ich regel das. Wir dürfen nicht zulassen, dass ein Anzug den Koreanern in die Hände fällt. Treten Sie zurück. Verdammt. Daran werde ich mich nie gewöhnen. Adios, amigo. Chester, Sie nehmen seine Ausrüstung und verwischen unsere Spuren. Nomad, zur Landezone. Verstanden, Boss? Bin unterwegs, Prophet. Was für Teufel war das? Nein, Koreaner. Was ist ein KVA? Koreanische Volksarmee, du Heinrich, du damischer, du erländiger, du. Und die Annahme, dass hier keine Gegner sind, das ist ja wohl, naja. Wir sind hier im Feindesgebiet, da laufen überall Koreaner. Wozu? Warum? Weshalb? War das leise genug? Nenah. Ich wusste, die haben wieder was zu meckern. Wo sie denn? Tarnfeld aktiviert. Ich bin Kamerganer, du Pfeife. Aber du bist tot, würde ich mal sagen. Legst du dich mit mir an, meine schittige Platte? Wie flünder. Wo ist denn der andere Kollege gewesen? Ach, guck an, da liegt er. Ach, du. Okay, äh, ja. Gehen wir weiter. Bevor ich mich noch... Ah, ja. Oh. Ich hab den J-Song-Satelliten verloren. Unsere taktischen Systeme sind ausgefallen. Die KVA muss irgendwo in der Nähe einen Störsender betreiben. Finden Sie ihn und schalten Sie ihn ab. Roger, Prophet. Bin unterwegs. Schau euch aus wie dein Hund. So, weil die. So, so. So. Bei Fuß. Zitz. Platz. Ja, ja. Wir haben am Strand KVA-Patrouillen geortet. Benutzen Sie Ihr Fernglas, bevor Sie denen in die Arme laufen. Da ist eine große Sendeanlage. Das muss der Störsender sein. Komm, hol Verstärkung. Komm auf, du... Armleuchter. Armleuchter. Ich sehe verlauter künftig gar nichts. Ach, ey, ich bin froh. Scheiße, die haben Verstärkung gerufen. Feindliche Einheiten, näher in sichere Position. Sehr kritisch. Wo ist eigentlich das Problem?